Liqui Flex Future. Mit einem reinen, arbeitgeberfinanzierten Modell setzen Sie Maßstäbe in Ihre Gehaltspolitik und Vergütungssystematik. Flexible Ausgestaltung, Wahl der Verfallbarkeiten, Berechnungen von fairen und sinnvollen Zusagen sind klare Argumente für dieses System. Mitarbeiterbindung und Motivation bei gleichzeitiger Schaffung von Liquidität aus der Nutzung von Steuervorteilen und Liquiditätsgewinnen, nicht ohne auch an die Unternehmerversorgung, ob Kapitalgesellschaft oder Personengesellschaft zu denken. Immer rechtssicher und auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten.